Hallo Freunde, hier ist der Ballas und willkommen zu einem neuen Video hier bei N7 Nation. Ich bin ein neues Mitglied des Teams und freue mich heute zum ersten Mal Hallo sagen zu können zu euch und ich muss leider heute ein bisschen schneller reden, denn das Gameplay beginnt hier schon mit diesem Kill, heute geht es ums Gameplay und zwar ist das ein Gameplay von mir, das Spiel vor zwei Tagen auf der Playstation 4, ein 91 Sekunden Campschlag und das ist ein ziemlich schneller und ziemlich cooler auch meiner Meinung nach, weil ich mit der M.T.A. hier am Rushen bin und nicht nur jetzt auf den Arsborn mit einer AK raufhalte oder so. Ja, es ist Solo erspielt, ihr könnt ja sehen, Strike Zone und 91 Sekunden ist nach meiner Recherche nach, wie man es jetzt so professionell sagen sollte, hier nochmal ein schöner 5-Man-Feed hier am Spawn, ja, aber es ist wie gesagt nicht nur Spawn-Getrapper. Es ist der schnellste Campschlag momentan in Deutschland, ich freue mich euch den hier präsentieren zu können als neues Member und ganz ehrlich, selbst wenn es kein schnellster Campschlag Deutschlands oder so wäre oder Europas oder was weiß ich, dann ist es immer noch ein schneller Campschlag, ein ziemlich cooler Campschlag mit der M.T.A. erspielt. Ich muss sagen, ich bin immer so ein Typ, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich merke, ich bin ja so ein Rusher-Typ auch, wenn ich merke, dass ich einen schnellen Campschlag, also kurz davor bin, soweit 20 Kills oder so, dann fange ich immer ziemlich an zu schwitzen und denke, ja, bitte jetzt kein Hund oder bitte jetzt kein Panic Knife vom Gegner. Und dann ist immer alles vorbei, dagegen kannst du nichts machen oder zum Beispiel auch dieses EMS oder diese C4 Claymore-Scheiße da, ich weiß nicht mal, wie das heißt, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall freue ich mich euch heute hier zum ersten Mal dieses Gameplay präsentieren zu können als neues Member. Im nächsten Video werde ich mich persönlich mehr vorstellen, es war heute nicht so die Zeit oder es war nicht so angebracht, ja, der Ezio meinte gleich, Latte ist hoch, ist cool und so weiter und ich freue mich auch darüber euch das jetzt hier zeigen zu können als neues Mitglied. Ich werde mich auch dann vorstellen, als was ich hier tätig sein werde und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin der Ballas und nochmals, ich freue mich hier auf den Channel tätig zu sein, zu können als neues Mitglied und ich habe mich jetzt ziemlich oft wiederholt, von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Video, euer Ballas, ciao. Ich bin der Ballas